Hallo und herzlich willkommen zurück zur finalen Schlacht mittlerweile. Wir haben ja mittlerweile schon alle der Spielmodi so halbwegs durch. Und ja, das sind eigentlich, wobei die finale Schlacht war eigentlich schon vor drei Folgen eigentlich. Aber hast du das Gefühl, dass dies eine sehr, sehr gute Schlacht noch werden wird und werden kann? Okay, ein Feind, das müsste der oben gewesen sein. Ne, das ist der nicht. Das ist der dann doch nicht. Aber wir haben gar nicht mal so viele Einheiten hier, ne? Oh mein Gott. Ah, das ist der dort unten. Oh, krass. Scheiße. Okay, der hier unten ist es. Ja, das Problem ist, dass der eine jetzt nicht, äh gut, aber der wird sowieso dann irgendwann zerstört werden dort oben. Da sehe ich, ähm, da sehe ich schwarz auf jeden Fall für den dort oben. Der hat jetzt nichts mehr, der wird zerstört werden von denen, die noch dort oben sind. Wir sind jetzt noch überhaupt im Rennen. Ja, es sind noch fünf noch im, insgesamt noch mit dem Rennen. Das müsste ja ausreichend sein. Wir werden jetzt erstmal hier und hier mal ein bisschen, ähm, vorwärts wagen. Okay. Weicht nicht zurück, Männer. Wir kämpfen für den Ruhm Gondors. Marsch! Können wir auf jeden Fall vielleicht mal noch einen Baumeister gebrauchen. Wer greift das Lager an? Der dort oben. Ja gut, aber der dürfte auch nicht durchkommen. Haben eigentlich ja von allen Seiten her relativ, ähm, ja, freie Bahn eigentlich, kann man sagen. Und jetzt erstmal noch ein paar Gehüfte leveln uns damit mal ein Stück weit. Und schauen dann mal. Okay, was ist hier unten? Ah, hier unten ist einer. Ach so, einer. Ja, man merkt schon, hier oben kann noch jemand durchkommen. Okay, hier, da ist mir noch gar nichts. So weit. Und hier? Auch nicht. Jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein Gebäude. So, was können wir noch mit den 13-Fähigen Aragorn, ne? Okay. Macht euch kampfbereit. So. Ja, okay, hier oben ist alles safe. So weit. Seid bereit. Schwerst uns. Immer weiter. Macht schneller. Oh, hier ist der Ring. Ne, wo war der Ring? Das ist noch ein bisschen buggy scheinbar. Reiter, vorwärts! Der Feind ist hier! Reiter! Schlagt Alarm! Wir haben einen unserer Feinde zerschmettert. Okay, ein weiterer Feind ist zerstört. Ah, hier da drüben. Ja, da habe ich ein bisschen Angst davor, vor dem. Vor dem habe ich etwas Schiss. Aber vielleicht können wir ja gleich mit einem finalen und starken Angriff vielleicht mal alles schon entscheiden. Okay, das ist gerade ja wieder alles schön und gut alles auf. Okay, das sind nur noch drei, somit. Ähm, okay. Wir sind geschützt. Eieieiei. Ja, dann müssen wir uns das hier mal holen. Das lebt halt immer noch, ne? Der Typ, der lebt halt. Ah, das könnte natürlich ein Nachteil jetzt sein für uns. Aber wirst du was? Wir holen uns jetzt hier nach oben erstmal. Es geht nicht, dass er uns jetzt hier noch stört oder sowas in die Richtung. Wenn wir dann jetzt hier gegen diesen starken Spielen... Ritter der weißen Stadt. Deswegen lieber so. Kann man mal, dass wir vielleicht noch die... Werkzeug bereit. ...unsere Rohstoffproduktion etwas ausdehnen können. Und natürlich, der brutale Gegner, der wird natürlich auch... Woher kommen diese Geschosse? Legt es in Schutt und Asche! Verstört es! Soll Gartenbataillon einsatzbereit! Reiter! Werft den Freund wieder! Überrennt sie! Ritter der weißen Stadt! Das Gebäude hier wäre fertig! So, okay, dann machen wir das. Sie greifen schon wieder an! Männer Gondor! Weiter! Streitet hinaus! Gut. Hier ist zerstört erstmal. Was haben wir dann noch? Ja gut, wir können erstmal noch nichts weiter machen, ne? Das können wir erstmal vielleicht noch machen. Hey! Unser Feinde! Außen die hier! Reiter! Gehen wir! Unsere Tauern werden angegriffen! Auf! Reitet hinaus! Vernichtet sie! Ja, ich sag ja, hier unten kommen dann die Bösen. Sprich, ähm... Ja, Mist. Hm, die halten nicht lange hier. Die Reiter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist schlecht. Und hier seht ihr sie nicht. Macht euch viel los! Sie haben es erobern! Immer weiter! Die Gehöfte wird angegriffen! Kommt, Ritter! Kommt! Halte die Auflaufen! Sie können über das Auerhalter her! Der Baumeister! Sie haben Widerschlagen! Ja, der muss aber jetzt hier erstmal fallen. Das ist das Problem. Da können wir erstmal nichts dran machen. Ah, der hat eine Armee. Der hat hier, scheiße, ey! Scheiße, ey! Scheiße, der hat eine Armee und ich bin noch mit dem hier. hier oben beschäftigt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier so gut war. Mit dem vielleicht, ja, schwierig. So, jetzt muss aber seine Produktion hier erstmal. Kommt jetzt weg mit der Produktion hier. Oh mein Gott! Ritter! Sie greifen an! Aber ich sag's mal so, sobald, sobald, sobald dieser große Armee hier eigentlich erstmal zerstört ist, ne? Die Gehöfte werden angegriffen! Ja. Macht euch bereit! Ich denke, wobei... Hier oben wird, glaube ich, nicht allzu viele hier stehen bleiben. Wir wollen unser Gebäude erobern! Wir werden angegriffen! Dann probieren wir uns halt trotzdem mal noch mit 1, 2 Helden hier. Zack, zack, zack. Zack, zack. Aber ich denke, wir konnten hier zumindest auf jeden Fall die Welle eigentlich ganz gut abwehren. Konnten wir jetzt, äh, hatten wir jetzt Baumeister schon, genau, 2 oder 3. Ja gut, wir haben, für mehr haben wir gerade kein Geld mehr. Okay, so, können wir hier vielleicht irgendwie was aufbauen, erstmal? Okay, hier oben, der Feind wurde jetzt auch erstmal zerschmettert. Hier passt das alles soweit. Okay, dann können wir uns hier nach und nach wahrscheinlich erstmal zurückholen, das Land. Wir kämpfen für den Ruhm Gondors. Ein guter Bauplatz. Eines unserer Gebäude ist hier, wenn das gehört. Weicht nicht zurück, Männer! Geht! Der Sieg ist unser! Positionen halten! Wer hat das Briebort im Allbeschein? Haltet sie auf! Wir kämpfen für Gondor! So. Wir werden angegriffen. Zack. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal unsere Produktion auch nochmal etwas, ähm, vergrößern. Dass wir wieder mehr Rohstoffe wieder bekommen. Um halt, ähm, diesen, naja, ständigen Druck, kann man also sagen, von dem anderem erstmal, ja, halt, dass wir da was entgegensetzen können, halt, ganz einfach, ne? Weil, das wird jetzt ja so teuer werden. Und dann, ja, das ist ja so, dass wir hier die Hüfte, die fallen, die tun. So, zack. So, zack. Oh, hier kommt so ein Irrer, hier, krass. Okay. So. Hier oben. also die es wird auf jeden fall ganz ganz spannend werden wir kommen gerade wirklich nur minimal voran so wir können natürlich mit der armee der toten können wir natürlich erstmal auch noch was reißen so was haben wir hier noch keine rohstoffe das gebäude ist wir haben viel zu tun ein guter wir haben sogar entwachen wir haben entwachen wir müssen uns bei okay der drache ist schon mal weg oh mein gott ey was für eine schlacht hier aber wir kommen wirklich nur minimal gerade voran weil wir natürlich schon am limit produzieren ganz einfach wir haben die schlacht mit euch das gebäude ist bereit pfeile bereit machen ach ja ach ja ach ja was ist denn hier die graue schar also jetzt hätten wir die armäe der toten aber das wäre halt so die letzte letzte möglichkeit irgendwas zu machen so jetzt hätten wir noch vier helden also gut hätten wir jetzt können wir gerade noch nicht viel machen ne zack zack ich bin mal gespannt wie lange die schlacht hier auf jeden fall noch läuft wir werden angegriffen aber wir werden angegriffen wie dort wieder und sie auf aggreifer zack wir werden hin Du musst hier wirklich alles produzieren. Ähm, was? Wir sind hier oben. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hoffe, das können wir irgendwie noch halten. Das ist richtig schlecht, dass hier oben irgendwelche Truppen sind. Wobei wir haben ja noch die hier. Ja. Wir müssen viel mehr produzieren. Der Regont ist schon gefallen jetzt mittlerweile. Wir müssen alles aufs Schlachtfeld drauf, was wir bekommen können. Ah, produzieren, produzieren, produzieren. So, hier sieht's aus hier leider. So, hier können wir auf jeden Fall mal noch eins, zwei... Warte mal, erstmal nehmen wir uns Beeregond wieder. Dann brauchen wir... Warte mal, erstmal noch eins, zwei... Einen Baumeister. Und, ähm, ja. Ja, das sieht auf jeden Fall eng aus, aber es ist durchaus möglich. Es ist durchaus möglich. Wir rufen mal die Adler mal noch mehr dazu hier. Und, ähm, ja. Wie es weiter geht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für's Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü